Das biologische Alter ist ja aber das eine. Wir haben jetzt gehört, was für eine große Rolle das spielt, auch gerade, wenn man die internationalen Daten eben anguckt. Der Zustand des Immunsystems spielt ja aber auch eine große Rolle. Da lautet das Fachwort das immunologische Alter. Ja, richtig. Also da gibt es noch eine neue Studie, die ich auch hier hervorheben möchte. Die kommt aus Deutschland. Das ist eine Studie aus Kiel und Köln, muss man sagen. Es sind auch sehr viele Kölner Autoren dabei und dann auch ein paar anderen Städten noch. Aber vor allem Kiel und Köln. Eine sehr gut gemachte immunologische Studie, wie ich finde. Und die ist im Prinzip so etwas auch wie eine Ergänzung dieser Frühjahrsstudie aus der Charité, die wir, glaube ich, schon mal besprochen haben. Wo man gesehen hat, es gibt so 30, 40 Prozent der Nicht-Exponierten, also derjenigen, die keine SARS-2-Infektion hinter sich haben, dennoch eine Reaktivität auf der Ebene der T-Zellen. Und da hat man dann relativ bald noch eine ganze Zahl von anderen Studien gehabt, aus England, aus USA und so weiter, die dasselbe gefunden haben. Es gibt also eine gewisse Zahl von Patienten, und das sind nicht wenige, das ist häufig so in diesem Bereich von einem Drittel der Bevölkerung, die reaktive T-Zellen hat, wenn man die in relativ direkten immunologischen Verfahren misst, obwohl die keinen Kontakt hatten zu dieser Infektion. Und da wurde schon gerade in den USA auch eine sehr große Argumentation drauf aufgebaut, die sagt, im Prinzip ist das die Erklärung dafür, dass es so viele milde Verläufe gibt. Und wahrscheinlich wird deswegen auch die Schwelle der Herdenimmunität viel niedriger liegen, weil in Wirklichkeit sind wir alle schon längst kreuzimmun. Also man sagt kreuzimmun, kreuzreaktive T-Zellen sind da. Das heißt, die Aktivität der T-Zellen, die bezieht sich nicht nur auf die Erkältungs-Coronaviren, die wir alle immer wieder kriegen, sondern die bezieht auch ein bisschen am Rand des Spektrums, des Aktivitätsspektrums dieses neue Virus mit ein. Und darum sind wir, ohne dass wir das wussten, doch zu großen Teilen schon geschützt. Einmal zur Erklärung des Ausgangsgedankens, weil T-Zellen vielen ein Begriff ist, vielen aber auch nur so halb. Da geht es um das Immungedächtnis tatsächlich. Also um das, was auf der Zellebene passiert, wenn man sich gegen Virusinfektionen, wenn der Körper sich gegen Virusinfektionen wehrt. Also ganz hemmsärmelig formuliert, schon unsere Großeltern haben gesagt, abhärten ist gut. Viele Viren trainieren das Immunsystem, das ist der Kern, davon sind die T-Zellen. So ungefähr. Also Sie reden hier jetzt nicht mit einem Immunologen. Also ich bin wirklich kein Experte für T-Zellen und zelluläre Immunität. Aber genau, also man kann das so sagen, also die T-Zellen sind eben sehr, sehr komplex. Das sind weiße Blutzellen, die eben die Immunreaktion auf eine Infektion sowohl selber bewerkstelligen, wie auch vermitteln und dann auch ein Gedächtnis aufbauen dagegen. Und da gibt es also schon so von, sagen wir mal, immunologischen Urzeiten her so zwei große Kategorien. Das eine sind die CD4-Zellen und dann gibt es die CD8-Zellen. Und in den einen finden sich mehr, in den CD8-Zellen finden sich mehr Zellen, die direkt was unternehmen gegen virusbefallene Zellen. Also das Virus ist in der Zelle, die Zelle, wir sagen, präsentiert einen Teil dieses Virus auf seiner Oberfläche. Das heißt, das Virus wird hier und da auch bekämpft in der Zelle. Und Fragmente dieses Virus werden in der Oberfläche in einen Rezeptorkomplex gestellt, den nennt man MHC. Und diese T-Zellen kommen und erkennen das und fressen dann diese Zelle auf. Das ist also eine ganz wichtige Immunfunktion in der angepassten, in der adaptiven Immunität, also die reaktive Immunität auf eine spezielle Infektion. Und das sind eben nicht nur die Antikörper, die reagieren, sondern eben auch diese Zellen, diese T-Zellen. Die Antikörper werden ja von B-Zellen gemacht, wie viele sicherlich wissen. Und das sind übrigens alles zusammen Lymphozyten. Also auch die B-Zellen sind Lymphozyten. So, und bei den T-Zellen gibt es jetzt aber auch die T-Helferzellen beispielsweise. Die helfen, es ist also tatsächlich so, die helfen beispielsweise den B-Zellen dabei zu reifen und dann letztendlich Antikörper zu machen. Die helfen aber auch diesen zytotoxischen T-Zellen dabei, ihren Weg zu finden und virusbefallene Zellen dann anzugreifen und abzutragen. Und die werden ihrerseits informiert über sogenannte antigenpräsentierende Zellen. Die haben die Aufgabe, Krankheitserreger unspezifisch zu erkennen und zu fressen und kaputt zu machen und dann Stücke von diesen Krankheitserregern diesen T-Helferzellen zu präsentieren. Also präsentieren bedeutet tatsächlich so, als würden die so einen Arm ausstrecken und in der Hand was festhalten, so ein Bruchstück von so einem Erreger. Und dann kommt eine T-Zelle und die erkennt das. Und die passt dazu oder die passt nicht dazu, die scannt das die ganze Zeit ab. Und dann irgendwann kommt eben eine solche T-Zelle vorbei, die gut zu diesem Rezeptor passt und dem Antigen und dann fängt die an zu reifen. Und diese gereifte T-Zelle gibt dann die Information weiter über das Vorliegen der Infektion an B-Zellen oder auch an die zytotoxischen T-Zellen. Und ganz am Ende, wenn die Immunreaktion dann vorbei ist, dann bleibt etwas übrig, das man ein Gedächtnis nennt. Und dieses Gedächtnis, das besteht dann häufig, aber nicht nur, aber häufig eben auch wieder aus CD4-T-Zellen. Das ist eine bestimmte Sorte von T-Zellen. Da gibt es wieder ganz viele Unterdifferenzierungen. Das können wir hier nicht besprechen. Und ich muss auch zugeben, wenn ich das jetzt hier spruchreif besprechen müsste, dann würde ich mir hier einen Immunologen zur Hilfe holen in dem Podcast. So gut bin ich dann einfach auch nicht in der Materie. Für den Normalbürger reicht diese Erklärung aber, glaube ich, auch so. Ich hoffe es sehr, dass es reicht, was ich so weiß. Genau, und mit diesem Vorwissen können wir jetzt, glaube ich, schon mal in dieses Paper einsteigen. Ich muss noch dazu sagen, es gibt bestimmte Kriterien, an denen man dann messen kann, ob so eine T-Zelle aktiv ist, ob sie naiv ist, also ob sie schon mal Antigenkontakt hatte oder ob sie so wie aus dem Ei geschlüpft ist, also ganz neu und völlig unbeleckt. Das kann man also alles durch Labormessmethoden unterscheiden. Und etwas anderes müssen wir auch noch vorweg schicken. Nämlich, es gibt so etwas wie ein altes und ein junges Immunsystem. Und zwar, man kann sich das ganz bildlich vorstellen, in einem jungen Immunsystem gibt es viele naive T-Zellen. Die sind eben naiv, die haben noch keinen Antigenkontakt gehabt. Und es gibt relativ wenig Gedächtniszellen, weil das Gedächtnis muss sich ja erst mal aufbauen. Und bei den Alten ist es andersrum, da gibt es relativ viele Gedächtniszellen und immer weniger naive solche T-Zellen. Weil sie schon viel Kontakt mit Viren generell hatten? Nicht nur mit Viren, mit allerhand Antigenen. Genau, das können Infektionen sein, müssen nicht nur Infektionen sein. Alles, was so in dem Körper ist und nicht dahin gehört, das gehört da dazu. Und leider einige körpereigene Dinge auch, wo das Immunsystem nicht gemerkt hat, dass das eigentlich zum eigenen Körper gehört. Da sind wir dann im Bereich der Autoimmunerkrankungen. Aber das kann man ja alles hier in der Ausführlichkeit nicht besprechen. Die Immunologie ist so komplex, das versteht kein Mensch. Ich jedenfalls nicht. Zurück zum Paper. Genau, zurück zum Paper. Hier ist es jetzt so, man kann eben jetzt mal messen, wie das denn genau ist mit dieser T-Zell-Reaktivität und mit dem T-Zell-Gedächtnis. Und da kann man natürlich wieder diesen Grundansatz wählen, dass man Patienten nimmt, die noch keinen Kontakt hatten mit diesem neuen Virus und einfach mal schaut, haben die denn so Gedächtnis-T-Zellen? Und da findet man einen sehr interessanten Anfangsbefund. Und dieser Anfangsbefund ist, man sieht schon, dass eigentlich alle möglichen Patienten diese T-Zellen haben. Und jetzt fragt man sich aber, woran liegt das eigentlich? Also warum haben die eigentlich diese T-Zellen? Und da kann man eine sehr interessante indirekte Ableitung machen. Man kann sich einfach sagen, je älter man wird, desto häufiger hatte man schon Kontakt mit diesen Erkältungs-Coronaviren, die ja vielleicht diese Kreuzimmunität eben begründen. Also wir hatten vorher Kontakt mit diesen Erkältungsviren, jetzt sind wir kreuzimmun. Das war die große Hoffnung bisher. Ja, genau. Also logischerweise müsste man ja sagen, dann ist es doch so, je älter man ist, desto mehr Kreuzimmunität muss man haben. Also misst man doch mal diese aktivierten T-Memory-Zellen, diese T-Zellen und trägt sie gegen das Alter auf. Und was man sieht, ist erstaunlicherweise keine Korrelation. Also bei Leuten, die keinen Kontakt hatten mit diesem SARS-Virus, die haben eigentlich nicht mehr von diesen Memory-Zellen, je älter sie werden. Also je mehr Infektionserfahrung mit Erkältungs-Coronaviren sie haben. Man kann andere Korrelationen anstellen. Und eine Korrelation, die sehr deutlich ist, ist, je mehr prozentualen Anteil von Gedächtnis-T-Zellen man innerhalb seiner Population von CD4-Zellen hat. Also je mehr Gedächtnis man schon hat, mal ganz einfach ausgedrückt, desto mehr hat man auch solche aktivierten Memory-T-Zellen. Und aktiviert bedeutet in dem Fall eben, ich glaube, ich habe es noch gar nicht richtig deutlich gesagt, man bringt also im Labortest diese T-Zellen von Leuten, die noch keinen Kontakt hatten mit dem SARS-2-Virus, jetzt im Reagenzglas mit dem SARS-2-Virus zusammen und guckt, wie die darauf reagieren. Und da kann man eben sagen, je mehr prozentual man überhaupt Gedächtnis-Zellen hat in den T-Zellen, desto mehr reagieren im Labortest diese T-Zellen auf das SARS-2-Virus. Aber nicht je mehr Infektionserfahrung man mit Coronaviren hat, desto mehr reagieren die. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade ein Hinweis darauf, dass das Ganze ein Coronavirus-spezifischer Effekt ist, sondern das ist einfach nur so, wo viele Memory-Zellen sind. Da gibt es auch viel Aktivierbarkeit, viel Signaltätigkeit von Memory-Zellen in diesem Labortest. Und das gilt für ein älteres Immungedächtnis? Ja, also genau, das können wir gleich noch mal sagen. Aber ich würde nur gerne erst mal diesen Zwischenbefund festhalten, dass man also eigentlich sagen kann, wo viele solche Memory-Zellen sind, da senden auch viele solche Zellen ein Aktivierungssignal aus. Aber das muss nicht unbedingt was mit einem anderen Coronavirus zu tun haben. Das kann auch mit anderen Dingen was zu tun haben. So nach dem Motto, das ist einfach ein Geschnatter von T-Zellen. Die T-Zellen schnattern rum, egal ob sie was zu erzählen haben oder nicht. Und spezifisch. Genau. Und man muss dann sagen, das hier ist diese ganze Studie basiert auf sehr, sehr ausgeklügelten und extrem empfindlichen Testverfahren, die viele andere Labore so gar nicht können. Also das sind wirklich Experten für diese immunologischen Messungen. Und die haben eben auch ganz besondere Methoden hier verwendet, die eine sehr empfindliche Auswertung ermöglichen. Jetzt findet man eine interessante Gegenprobe. Wenn man nämlich jetzt noch mal eine andere Patientengruppe mit reinnimmt in dieselbe Untersuchung, und zwar Patienten, die tatsächlich eine SARS-2-Infektion schon hinter sich haben. Dann sieht man plötzlich, dass die alle einen hohen Anteil an SARS-2-spezifisch aktivierten Gedächtnis-T-Zellen haben. Egal, wie groß deren Anteil an Gedächtnis-T-Zellen im Allgemeinen ist. Das heißt, da ist es kein reines Geschnatter mehr. Da sind also diejenigen, die wenig Gedächtnis-T-Zellen in ihrem Gesamt-T-Zell-Pool haben. Wir sagen T-Zell-Pool dazu. Also das Gesamtrepertoire. Die sind genauso schön reaktionsfreudig wie diejenigen, die ganz viel Gedächtnis-Zellen haben. Also da ist es nicht mehr nur vom reinen Hintergrundrauschen abhängig. Sondern da ist es tatsächlich virusspezifisch, wenn man das Virus wirklich hinter sich hat. Das heißt, ich breche es mal kurz runter auf einen Patienten. Ich bin meinetwegen 19 Jahre alt, war immer sehr gesund, habe gar nicht so viel Immungedächtnis, nicht so viele Erkrankungen gehabt wie jemand, der zum Beispiel 75 ist. Habe aber eine Infektion mit dem SARS-2-Coronavirus gehabt. Dann reagieren diese Zellen sehr spezifisch. Ja, so kann man sagen. Also das ist natürlich jetzt sehr, sehr verkürzt. Also ich gehe hier immer so, oder die Autoren auch in diesem Paper, die gehen so Schritt für Schritt vorwärts. Und man muss da einfach mehrere Indizien zusammenzählen. Und ich glaube, es ist das Beste, wenn wir uns das jetzt erst mal als Zwischenstand merken. Es wird nämlich jetzt gleich noch so richtig kompliziert. Wir freuen uns. Ja, also wir können uns mal merken, vielleicht hat das alles gar nicht so viel mit den vorherigen Erfahrungen mit Coronaviren zu tun. Jedenfalls hat es nicht viel mit dem Alter zu tun, sondern es hat viel mehr damit zu tun, wie hoch eigentlich der Anteil von Gedächtnis-T-Zellen in den Gesamt-CD4-Zellen ist. Also CD4-T-Zellen. Und hier könnten wir jetzt das erste Mal eben diese Zwischenbemerkung machen von dem immunologischen Alter. Da ist es eben so, je älter wir werden, desto weniger haben wir naive T-Zellen. Und desto mehr haben wir Gedächtnis-T-Zellen. Also wir haben Gedächtnis gegen allerhand, was uns so im Laufe des ganzen Lebens immunologisch untergekommen ist. Und irgendwann sind die meisten, also es ist jetzt falsch zu sagen, sind die meisten T-Zellen Gedächtnis-Zellen. Aber der Anteil an Gedächtnis-Zellen im T-Zell-Pool wird immer größer. So kann man es vielleicht sagen. Und wir können jetzt aber diese T-Zellen bei den Patienten, die das Virus hatten oder das Virus nicht hatten, auch noch mal genauer angucken. Und zwar funktionell angucken. Was jetzt hier gemacht wird, um diese T-Zellen im Labortest zu überprüfen, ist, man bringt die nicht mit dem ganzen Virus zusammen, sondern man bringt die mit ganz vielen Bruchstücken von Virusproteinen zusammen. Das ist eine Bruchstückgröße, die für diese Zellen, für diese Immunzellen gerade so etwas wie mundgerechte Häppchen sind. Die fressen die also besonders gerne, die werden gut präsentiert. Und man gibt da auch präsentierende Zellen dazu. Und die werden also den T-Zellen dann angeboten zur Beurteilung. Und man schaut, wie die T-Zellen darauf reagieren. Das ist ja die Aufgabe. Die haben eine reagierende, vermittelnde Aufgabe. Die sind sowas wie Journalisten. Die sehen was und dann fangen sie an, darüber zu sprechen. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Und diese T-Zellen, die können entweder ein sehr deutliches Signal senden, ein starkes oder ein schwaches. Das ist so die eine Variationsmöglichkeit. Aber dann haben wir noch eine andere Variationsmöglichkeit. Die können gegen alle Fragmente dieses Virus stimulierbar sein. Also die sprechen auf jedes beliebige Fragment von dem Virus an. Oder sie sprechen nur auf einige Fragmente von dem Virus an. Und hier kommt jetzt eine interessante Unterscheidung in der Studie zustande. Wenn man nämlich Patienten testet, die infiziert waren mit dem SARS-2-Virus, dann sprechen deren Gedächtniszellen auf alle möglichen Fragmente des Virus sehr gut an. Vor allem auf die großen Strukturproteine des Virus S, M und N. Das sind die großen Bauproteine des Virus. Da hat das Virus so richtig viel. Und die sind eine große Provokation fürs Immunsystem. Und da, wenn die die sehen, dann regen sich diese T-Zellen so richtig auf. Und zwar jedes beliebige Stückchen von diesen großen Proteinen. Während das bei den Zellen von den Patienten, die keinen Kontakt mit dem SARS hatten, also wir können auch sagen, die SARS-naiven Patienten. SARS-2? Da sieht es anders aus. Genau, SARS-2. Da sieht es anders aus. Da reagieren die T-Zellen zwar auch, aber die reagieren in sehr unterschiedlicher Art und Weise auf die Proteine dieses SARS-Virus. Also gegen manche Proteine reagieren die gar nicht. Gegen andere Proteine reagieren sie so ein bisschen bruchstückhaft. Und dann reagieren sie auch gegen Proteine, die eigentlich nicht so stark stimulierend sind bei Patienten, die das Virus schon hinter sich haben. Also das ist eine sehr unsaubere Reaktion. Die reagieren nicht so wie die T-Zellen von echten Patienten. Das ist also auch ein interessanter Zwischenbefund. Also die Reaktion ist unsauber und die ist zerstreut. Die verteilt sich so in fragmentierter Art und Weise auf das ganze Virus. Während bei denjenigen, die die Infektion hinter sich haben, diese Reaktionsweise ganz gezielt sich ausrichtet auf die großen Bauproteine des Virus. Das heißt, es gibt auch Wirkungsverluste, weil die Reaktion so breit gestreut ist. Also die Reaktion kann gar nicht so viel ausrichten, weil sie wie so ein Wasserstrahl aus der Gießkanne ganz viel daneben geht, bildlich gesprochen. Also das kann man schon so sagen. Ich würde es aber vielleicht nicht so weit interpretieren. Also man muss gar nicht sagen, da ist was verloren gegangen. Man kann einfach sagen, das ist nur eine bruchstückhafte Reaktion. Und jetzt kann man auch noch weitergehen. Also man kann zum Beispiel sagen, dann nehmen wir uns doch mal von Patienten, egal ob SARS-infiziert oder nicht SARS-infiziert, von irgendwelchen Leuten, nehmen wir uns mal die T-Zellen raus, die reagieren gegen die Proteine von den Erkältungs-Coronaviren. Jetzt testen wir mal nicht gegen das SARS-2-Virus, sondern wir testen mal gegen Erkältungs-Coronaviren. Und was wir hier sehen, ist jetzt interessant. Also wenn wir diese Zellen präparieren, ich sage das jetzt so daher, also das ist halt wirklich Hightech. Das ist schon sehr hohe analytische Kunst, das im Labor zu machen. Also was die Autoren gemacht haben, ist präpariert. T-Zellen, die reagieren gegen diese Erkältungs-Coronaviren und die auch wieder getestet in ihrer Reaktionsweise. Dann sieht man interessanterweise, es gibt eine Kreuz-Reaktivität. Und zwar jeweils von einem Alpha-Coronavirus zum anderen Alpha-Coronavirus, also das menschliche Coronavirus 229. E reagiert Kreuz gegen das menschliche Coronavirus NL63. Und auch innerhalb der Beta-Coronaviren gibt es das. Also das menschliche Coronavirus OC43 reagiert Kreuz gegen das menschliche Coronavirus HKU1. Aber nicht zwischen Alpha- und Beta-Coronavirus, nicht zwischen den Genera. Das heißt, diese Viren sind anscheinend so weit voneinander entfernt, dass es keine richtige relevante Kreuz-Stimulation mehr gibt oder Kreuzaktivität. Und interessanterweise gegen das SARS-2-Virus gibt es diese Kreuzaktivität gar nicht. Und das entspricht auch genau dem, was ich als Virologe jetzt wieder gut beurteilen kann. Nämlich wie weit diese Viren jeweils voneinander entfernt sind in ihrem Verwandtschaftsgrad. Und da ist das SARS-Virus, das ist zwar auch ein Beta-Coronavirus, aber das ist sehr weit außen vor. Phylogenetisch würden wir sagen, das ist ein basales Beta-Coronavirus aus Sicht dieser zwei Viren. Und das ist also von allen gleich weit entfernt ungefähr. Das ist äquidistant. Ich erkläre das Studierenden immer gerne so mit geografischen Beispielen. Das wäre so, wenn man sagt, Mainz und Köln, die sind beide in Westdeutschland. Und die sind so unterscheidbar weit voneinander entfernt. Da muss man schon so ein ganzes Stück fahren. Und jetzt würde man sagen, also Köln ist ja in Nordrhein-Westfalen und Mainz ist in Rheinland-Pfalz. Das sind also zwei unterschiedliche Bundesländer. Aber Bielefeld ist ja auch in Nordrhein-Westfalen. Und jetzt ist aber nicht so unbedingt, dass man sagen würde, also es stimmt schon, Bielefeld ist durchaus näher an Köln. Aber das ist auch schon ganz schön weit weg. Also das ist so fast gleich weit weg von beiden. Auch wenn wir zugeben müssen, es ist schon näher dran an Köln. Aber es ist beides eine ganz schöne Autofahrt. Egal, ob wir jetzt nach Köln oder Bielefeld fahren. Das ist so ein bisschen diese Verhältnismäßigkeit. Also das SARS-2-Virus ist Bielefeld. Und diese Beta-Coronaviren, also OC43 zum Beispiel, das wäre Köln. Und ein Alpha-Coronavirus ist Mainz. Ja, so kann man sich das ein bisschen vorstellen von den Entfernungsgraden her. Gefühlt würden Kölner und Mainzer sich wahrscheinlich auch dichter beieinander fühlen, so wie die Alpha- und Beta-Coronaviren. Ja, es gibt tatsächlich auch dann übergeordnete Gemeinsamkeiten, die nicht geografisch erklärbar sind, wie zum Beispiel der Karneval. Aber jetzt werden wir hier sehr unterhaltsam. Der hat ja auch eine Bedeutung im Infektionsgeschichten. Aber das verfolgen wir jetzt nicht weiter an der Stelle. Genau. Und jetzt, um mal wieder zurückzukommen zu der eigentlichen Problematik. Wir können anhand dieses Befunds schon mal sehr gut schätzen, dass es wahrscheinlich nur wenig echte Kreuzreaktivität, Kreuzschutz gibt gegen das SARS-2-Virus. Und wir können noch eine Gegenkontrolle machen. Wir können auch noch mal von SARS-2-Patienten die Zellen präparieren und die wieder stimulieren gegen diese menschlichen Viren, gegen menschlichen Erkältungs-Coronaviren und auch gegen Kontrollviren. Und was wir sehen, ist, die Stimulation ist überall relativ schlecht. Und die ist auch ungefähr genauso schlecht wie gegen, also wenn wir SARS-2 durchgemacht haben, ist die Kenntnis oder die Aktivierung dieser Zellen, die wir dann haben, gegen die menschlichen Coronaviren relativ schlecht. Und die ist eigentlich auch nicht viel besser als gegen Influenza. Das ist also alles so im Bereich von Hintergrundrauschen. Das hat alles nichts wirklich mit den Viren zu tun, die wir hier überhaupt beleuchten. Mit anderen Worten, es ist höchst unwahrscheinlich, dass es so etwas gibt wie wirklich einen Kreuzschutz. Diese Hintergrundimmunität, auf die viele gehofft haben. Genau, also wir können wahrscheinlich sagen, was man in diesen Studien sieht, ist eben nicht eine Kreuzimmunität, sondern nur eine Kreuzaktivierbarkeit, eine Kreuzreaktivität. Wie man das auch immer in Worten ausdrücken mag. Also die Zellen machen zwar ein Signal, aber das ist sicherlich nicht stark und aktiv genug, um wirklich eine Infektion wegzuhalten aus dem Körper. Also wir können wahrscheinlich nicht wirklich von einer Immunität sprechen. Und das ist natürlich jetzt hier ein Einzelbefund in dieser Studie. Da müssen andere Studien kommen, um das weiter zu interpretieren. Und die Autoren drücken sich hier auch sehr gut und sehr vorsichtig aus. All das heißt übrigens auch überhaupt nicht, dass durch eine überstandene Infektion mit SARS-2 keine zelluläre Immunität entsteht. Das haben wir hier überhaupt nicht überprüft. Sondern es geht hier nur um die Kreuzaktivierung. Also ich halte einmal fest, die Hoffnung, dass ich, wenn ich viele Erkältungen durchgemacht habe und da auch die gängigen Coronaviren drunter waren, relativ geschützt bin vor einer Infektion mit dem SARS-2-Coronavirus, die ist damit vorsichtig formuliert, möglicherweise vom Tisch leider. Also vom Tisch ist mir nicht vorsichtig genug formuliert. Noch vorsichtiger. Also ich würde es einfach vorsichtiger formulieren. Die Autoren der Studie formulieren das auch vorsichtiger. Aber es ist leider einfach so, dass die Hoffnung ein bisschen jetzt schon schwindet darauf, dass man grundsätzlich einen bevölkerungsweiten Effekt hat in diese Richtung. Der andere Teil, den Sie schon angedeutet haben, ist ja nun aber der, der zellulären Immunantwort, die stark ausfällt und einhergeht mit einem schweren Verlauf. Also dieses ungezielte in Stellung gehen des Immunsystems. Das klingt ja eigentlich wie ein Vorteil, erst mal vom Alltagsverstand her gedacht. Das Immunsystem reagiert. Es geht umgehend in Kampfstellung. Ist das denn tatsächlich ein Nachteil möglicherweise? Also diese unspezifische Reaktion von Tiergedächtniszellen? Ja, also was hier jetzt gemacht wurde in der Studie, nachdem es schon mal aufgefallen war, dass es auch diese lückenhafte, unsaubere Reaktionsweise von T-Zellen gibt und dass man die hier auch gut messen kann mit diesen Labortests, hat man sich auch mal angeschaut, wie das eigentlich ist mit Patienten, die diese Erkrankung hinter sich haben, diese S2-Infektion, und dann entweder einen harmlosen oder einen schweren Verlauf hatten. Also die kann man ja in dieser Hinsicht in zwei Gruppen einteilen. Und da sieht man schon noch mal einen interessanten Zusatzbefund. Und ich kann aus dieser ganzen Abteilung dieser Untersuchung auch nur wieder so einzelne Befunde kurz nennen. Was man beispielsweise sieht, ist, dass die Patienten, die einen schweren Verlauf hatten, tatsächlich auch so eine unsaubere Reaktionsweise haben. Also auch die, wenn man sie exponiert mit den Proteinfragmenten von dem SARS-2-Virus, reagieren die nicht so schön sauber mit dem Signal auf diese Strukturproteine, sondern die haben auch, sagen wir mal so, die brauchen relativ viel Fragmente, Proteinfragmente von anderen Stücken des Virus, um noch sauber zu reagieren, um ein gutes Signal zu machen. Obwohl sie insgesamt schon stark reagieren. Also nach der Infektion sind diese Gedächtniszellen schon vorhanden. Da sind viele, da kann man viele Zellen messen. Da ist also schon ganz schön ein Signal. Aber das Muster dieser Reaktion ist nicht so sauber, wie bei denen, die milde Verläufe hatten. Und das kann man jetzt noch mit weiteren Labortesten untermauern. Zum Beispiel kann man anschauen, wie eigentlich die Verschiedenartigkeit der T-Zellen ist in ihrem Transkriptionsmuster. Das ist also eine Charakterisierung der allgemeinen Stoffwechseltätigkeit auf RNA-Ebene. Und da kann man auf dieser Basis Muster erkennen, die bestimmte Funktionseinheiten von T-Zellen, die voneinander abstammen, wir sprechen von Klonen da, identifizierbar machen. Und da kann man sagen, die Patienten mit einem schweren Verlauf, die haben nach einer Infektion auch da ein relativ buntes Bild. Also die haben, man sagt da, eine polyklonale Situation. Also eine hohe Diversifizierung von vorhandenen T-Zell-Klonen. Während die Patienten, die milde Verläufe hatten, die haben nach der Infektion doch eine sehr starke Klonalität. Man sieht sehr schön auch CD-8-Klone dabei. Also die wirklichen Effektoren des zellulären Immunsystems, die eben auf befallene Zellen losgehen. So wie man sich das eben vorstellt. Also wo man wirklich ganz gezielt eingreift mit den T-Zellen. Während die Gezieltheit hier einfach nicht so groß ist bei denjenigen, die schwere Verläufe hatten. Und jetzt ist es natürlich so, dieses ungezielte Reaktionsmuster, das kommt eben häufiger vor bei Patienten, die solche Merkmale eines gealterten Immunsystems haben. Das kommt natürlich logischerweise auch häufiger bei alten Personen vor. Also bei Patienten, die älter sind. Aber die eigentliche Determinante ist eben dieses Maß des Immunalters im Labortest, welches damit eigentlich korreliert. Also wenn man mit anderen Worten sehr viel Gedächtnis-T-Zell-Anteil hat. Also wenn man ein breit aufgebautes T-Zell-Gedächtnis hat und weniger naive T-Zellen, dann ist man vielleicht nicht so in der Lage, noch neue Immunreaktivität und auch neues Immungedächtnis aufzubauen. Im Vergleich zu jemandem, der noch viele naive T-Zellen hat, ein junges Immunsystem, der wird also eher gezielt gegen dieses Virus ein neues Immungedächtnis aufbauen. Während ein Älterer vielleicht auf alte Erfahrungen zurückgreift, die nicht immer richtig sind, auf alte Immunerfahrungen. Und dann eine zerstreute Antwort generiert. Das passt ja aber zur Beobachtung, dass jüngere Menschen, wenn sie denn zur Risikogruppe gehören, gefährdeter sind. Also wenn ich jünger bin, aber eine Krebserkrankung überstanden habe oder eine andere chronische Erkrankung habe, dann könnte der Zustand meiner T-Zellen ein Risiko für einen schweren Verlauf darstellen. Richtig? Ja, das ist prinzipiell ein interessanter, guter Gedanke. Ich will das jetzt aber auf keinen Fall auf einzelne Erkrankungen herunterbrechen. Denn die Immunerkrankungen, die fallen in diese und die andere Richtung aus. Aber genau, also wenn man im Prinzip so ein vorgealtertes T-Zelluläres System hätte, wo man also weniger naive Zellen hat, mehr Gedächtniszellen im Anteil, dann wäre das vielleicht prädiktiv auch für einen schwereren Verlauf. Also eine nicht so gezielte Reaktionsmöglichkeit, ein nicht so gut sich dann auch später aufbauendes Gedächtnis. Aber in der Regel geht ja ein immunologisches höheres Alter oft zumindest auch mit dem biologischen höheren Alter des Menschen einher. Richtig, das geht natürlich einher. Das ist ja ganz klar. Nur hier ist jetzt in dieser Studie wirklich erstmalig ganz genau auf Ursache und Wirkung geschaut. Und da ist es eben wohl doch so, dass die eigentliche Ursache eben nicht das reine biologische Alter des Patienten ist, sondern, oder sagen wir mal so, eine sehr starke Komponente in der Ursache für einen schweren Verlauf in dem Immunalter liegt. Können wir denn aus diesem Befund über die T-Zellen, die unterschiedlich reagieren, Erkenntnisse ableiten? Möglicherweise oder neue Fragestellungen für die Entwicklung von Impfstoffen und von therapeutischen Medikamenten? Ja, sicher. Also das kann man ganz bestimmt machen. Also die T-Zellen sind ja ganz essentiell. Und wir wollen genau das ja auch mit so einer Impfung machen. Ein Immungedächtnis auslösen, anlegen, damit das Immunsystem dann vorbereitet darauf ist. Und das ist genau, was wir wollen. Also wir wollen, dass da Gedächtniszellen sind, sowohl CD8 als auch CD4-Gedächtniszellen und natürlich auch im B-Zell-Bereich Gedächtniszellen. Und da wollen wir dann Antikörper kriegen aus dem B-Zell-Bereich, eine zelluläre Reaktion kriegen aus dem CD8-T-Zell-Bereich und dann eben auch eine helfende Wirkung aus dem CD4-Gedächtnisbereich. Und das ist zum Beispiel häufig eine wegweisende Wirkung. Also da gibt es CD4-Zellen, die haben ein Immungedächtnis und die sagen dann den CD8-Zellen, ihr müsst in die Lunge. Ihr müsst nicht irgendwo rumschwirren im ganzen Körper, sondern dieses Virus, das werdet ihr in der Lunge sehen. Und da wäre dann natürlich auch gut, wenn man so einen Impfstoff in die Lunge geben würde, damit sich dieses ortsspezifische Immungedächtnis auch bildet. Und in die Lunge gibt man jetzt einen Impfstoff nicht so leicht, aber in die Nase schon. Und das ist in der, sagen wir mal, in der Zukunftsimpfung, nicht die erste Impfgeneration, die wird das noch nicht machen. Da gibt man in der Regel intramuskuläre Injektionen. Aber es wird jetzt schon vorausgedacht, dass man zum Beispiel eine Impfung so macht, dass man sich den Impfstoff in die Nase gibt, statt ihn zu injizieren. Und dass man dann auch dort lokal die Information hinterlegt, dass dieses Virus in den Atemwegen vorkommt. Und dass es bestimmte Gedächtnis-Lymphozyten gibt, die dann die Immunreaktion auch Richtung Atemwege leiten. Also genau diese Dinge, die passieren wirklich da auch bei der Impfentwicklung. Und bei den Impfstoffen, die jetzt im Moment kommen, ich glaube, wir müssen über Impfstoffe in den nächsten Podcast-Folgen immer mal widersprechen, weil ja dieses Impfthema auch zum Glück auf uns zukommt. Es wird zum Glück bald Impfstoffe geben, hoffentlich sehr bald. Aber sehr bald in diesem Fall heißt eben doch noch, dass es einige, einige Monate sind. Und nicht der erste Impfstoff bringt gleich den Durchbruch? Wahrscheinlich nicht in diesem Sinne. Ja, also nicht in dem Sinne von einer, sagen wir mal, einer sterilen Immunität. Also wie beim Masern, eine Impfung und lebenslang immun. Und man wird sich nie wieder infizieren. So einfach wird das nicht sein. Man wird sicherlich erst mal gegen die schweren Symptome geschützt werden, aber nicht gegen eine etwas oberflächliche, sagen wir mal, Erkältungserscheinung, die man vielleicht dann doch kriegen kann durch das Virus. So könnte man sich das vorstellen. Und da gibt es aber eben Impfstoffe, die sind stärker ausgelegt auf die Induktion von einer zellulären Antwort gegen das Virus. Und andere sind sehr viel stärker ausgelegt auf gute, neutrierende Antikörperantwort. Und da wird man eben noch mal genau hinschauen müssen, wie gut jeweils dort dann auch ein auf der Ebene der CD4-Zellen angelegtes Immungedächtnis ausgebildet wird. Das wird sicherlich nicht gleich stark sein bei all diesen Impfstoffen.